Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs einfrieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Friert ein, froh ein, hat eingefroren. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich friere ein. Du frierst ein. Er friert ein. Wir frieren ein. Ihr friert ein. Sie frieren ein. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich froh ein. Du frohst ein. Er froh ein. Wir frohren ein. Ihr froht ein. Sie frohren ein. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe eingefroren. Ich habe eingefroren. Du hast eingefroren. Er hat eingefroren. Wir haben eingefroren. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich friere ein. Du frierest ein. Er friere ein. Wir frieren ein. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich friere ein. Du frierest ein. Er friere ein. Wir frieren ein. Ihr friert ein. Sie frieren ein. Den Schluss macht der Imperativ. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb einfrieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.